Die Schicksalswahl in Griechenland hat begonnen. Die Bürger sollen in einem Referendum entscheiden, ob sie im Gegenzug für die Fortsetzung des Hilfsprogramms die Spar- und Reformauflagen der Gläubiger annehmen würden. Letzten Umfragen zufolge sind die Griechen fast gleichmäßig geteilt zwischen einem Ochi, einem Nein, und einem Ne, einem Ja. Das ist ein entscheidender Tag. Der Ausgang wird die Aussichten des Landes bestimmen. Ich bin für ein Nein, weil es die einzige Chance ist, die die Regierung in Griechenland haben, um Druck auszuüben, damit es bei den Verhandlungen in die richtige Richtung geht. Vielen Griechen gilt die Volksabstimmung als Entscheidung über einen Verbleib ihres Landes in der Eurozone. Die Regierung ruft die Bürger zum Nein auf, um gestärkt in die Verhandlungen mit der Europäischen Kommission, der Europäischen Zentralbank und dem Internationalen Währungsfonds zurückzukehren. Es ist aber offen, ob es überhaupt weitere Verhandlungen gibt. Das Hilfsprogramm ist offiziell schon ausgelaufen. Einer der führenden Politikbeobachter des Landes fürchtet durch das Referendum eine Spaltung. Die positive Seite ist, dass das Referendum den Leuten gefällt. Die negative Seite ist meiner Meinung nach die Spaltung der Gesellschaft, die mit der Wahl zwischen einem Ja und einem Nein einhergeht. Besonders wenn es um einen Text geht, der gar nicht endgültig ist. Gefragt wird nicht nach einer Ratifikation, sondern nur nach einer Meinung. Wie es nach dem Referendum weitergeht, ist völlig offen. Im Fall eines Siegs für das Jahrlager könnte die Regierung zurücktreten. Im Fall einer Mehrheit für ein Nein warnte Brüssel bereits, dies werde die griechische Position in möglichen neuen Verhandlungen deutlich schwächen.